Willkommen zurück. Ich bin doch mal ein Stück zurückgelaufen. Wenn ich da schon so einen Hündekorb seh, da, äh, nö. Das muss jetzt nicht sein. Jetzt schon ein Hund und so. Das ist nicht toll. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Was ist denn hier für eine alte Gartenhütte? Da ist ein Hochguck, ein ausgelegter. Na gut, dass das Bild immer verschwindet. Das war ja bei der alten Mott auch so ab und an. Das finde ich jetzt aber nicht schlimm. So wie gesagt, eben nur eine Mott. Da ist doch bestimmt einer drin. Ja, da riecht ich hier eine Hütte hin und da liegen zwei Teile rum. Na klar hockt da einer. Ne, das ist ein Toter. Äh, stimmt. Ich muss ja noch meinen Schlafsack herstellen. Wieder drückst du den falschen Knopf. Ein Schlafsack. Ähm. Schla... Soll ich jetzt da eingeben? Doch, stimmt. Nein, das war falsch. Äh, einmal Backstack. Schlafsack. Hier ist der Schlafsack. Hier ist der Schlafsack, ja. Pflanzenfragen brauchen, okay. Immer einen Pflanzenfragen sammeln. Da musst du das Ding mal aus der Hand nehmen. Nimmst du am besten den da. Und dann kannst du hier mal runter rum. Weil es wir doch nicht sterben sollten. Da haben wir jetzt schon Zähne, ja. Genau, fertige den mal. Ja, schön. Ja, wo bist du? Ja, wie, was? Hm, Kapuze. Ja, jetzt mal weniger rumgezappelt. Aber so Elektrostab, der bringt's eben, ne? Aber ich konnte nichts dafür. Den hab ich nicht mehr gleich gefunden. Das ist eben, kann ich nicht ändern. So, dann setzen wir uns hier gleich mal hin, den Schlafsack. Dann sind wir hier erstmal sicher. Also falls wir sterben, können wir hier wieder her. Ja, ja, du darfst ja nicht viel. Ja. Ne, das, 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 das. Puh, der hat aber schön geflogen. Oh, ich hab doch gar nicht die Mutter, die da schon rumfliegen kann, oder? Was ist denn jetzt schon wieder? Schon wieder Dorscht? Ich hab nichts. Äh, äh, du kannst hier, ähm, hier. Äh, ne, hier. Schönen Chili. Hm, war aber komisch, das Chili. Gibt leider mehr Dorscht, ne? Das war jetzt, ne? Aber wir müssen gucken, ob wir hier was zu trinken finden, irgendwo. Muss ich das jetzt aufhacken, oder was? Schaut ja aus, ne? Da lässt mich nicht von alleine rein. Ne, hier. Was hast denn dein Mucksack dringehabt? Nuch, das war nötig, blöd. Aha, na, hm. Und deswegen bist du gestorben hier. Das ist, äh, traurig. Das ist, äh, das ist sehr traurig. Wegen Treifstoff. Hätten beim Händler im Auto malten gucken können, ob es was zu trinken gibt, ne? Eigentlich, aber... Es muss auch sowas geben, ja. Juh. 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 Just, schönes Order. Hätt ich sogar noch mitgemacht. Gut, dann gucken wir hier noch nach. Rein. Hm. Jetzt hab ich hier jemanden geweckt, oder was? Wien, was ist wann wo? Ahja. Ahja. Ist aber ganz schön dunkel geworden. ich hoffe, dass du da rumgeschrien hast was zeigst du mal an? was soll ich denn sammeln? ach, heute soll ich schon wieder sammeln können wir gleich machen, jetzt lass mich auch schon wieder rein ich hoffe, dass jetzt hier Kinder kommen natürlich immer gefährlich, Klaus und so das war ja auch noch irgendwo runterfällt, das kennen wir nämlich auch ja, Schrottblindenmunition zum herstellen die Sessel hat er immer geguckt die Sessel hat er ja am Anfang immer gekauft eigentlich dann gehen wir mal kurz wieder raus na komm tut mir leid also der stoppt, der bringt es auch schon mal am Anfang gleich wo ist Dorst? ich weiß es, ich kann es nicht wo soll ich es nicht hernehmen? nach der Küche saust du hier aber keine Küche, das ist was anderes kommen wir von hier aus losen, toll Meister haben sie hineingeschmissen ja, das ist ein Krankenzimmer, was machen die mit Meister? Kaffee? okay komm, wildes Fleisch bringt da auch noch mehr Hunger, ne? ja, Stühle nehmen wir natürlich wieder alle mit es gibt Gold, ne? das darf man nicht vergessen ich habe den Führer getroffen wegen dir nein, das darf man nicht ich habe den Führer getroffen, wegen dir nein, wird er hier oben davor gewamst kann man nicht looten oder was? puch aber ja, das kann man doch looten man sollt's looten und nicht springen okay, Röhrchen das kann man nicht looten das ist alles schon gelooten mh, freilich, ein Pinsel das kannst du am Anfang brauchst du unbedingt den Pinsel das ist ganz wichtig, dass man den Pinsel gleich hat anfangs Frickel oder Frickel nee, Frickel nee, Tickel ein T, ne? alles selber der Beschiss Wartezimmer hier bestimmt mh, da steht er an hopp, hopp hopp und er ist nicht alleine er ist nicht alleine oh, ich bin und ich habe schnelle Beine oh, er ist schon hin er war schon krank guten Fahrer kannst du schneller zuhauen das ist eben der Vorteil kannst du eben auch schnell die Ausdauer leer da ist eben schnell die Ausdauer leer ja, neue Bilder haben sie hier also gab's die schon so, kann man die jetzt endlich aufheben? kann man immer noch nicht aufheben so, jetzt haben wir Steine gesammelt ne, also Holz Holz, ähm gibt's hier noch nichts ist das eigentlich eine POI hier? ne, drei toten Köpfe oha, anfangs trau ich mich hier schon rein jetzt wo ich's weiß, hab ich Angst oha was machst du denn da oben? bist du schlau oder was? hallo hallo ähm na, da lud ich erst mal, ne? ach so, gleich den Kortob noch knorren hm hm mach mal Mais so, oder Maismiel so, nun, was machen wir mit dich da oben? willst du runterkommen oder was? was ist mit dich? hä? äh, knorst du wie Hund? aber, äh, bist doch gar keiner was ist mit dich? ähm hallo 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 ich hab jetzt eben so gleich eine verpasst ja, von ihm hast ja ich hab dich gerufen die ganze Zeit du wolltest nicht hören hast du davon was gibt's jetzt hier noch Schönes? ich sehe jetzt hier nichts weiter aufregendes da kann man hochklettern, wenn wir wollen müssen wir vielleicht sogar weil hier kommen wir nicht durch also müssen wir jetzt hier hochklettern, ne? hm, hm, hm hm, hm, hm jetzt stößt du dir drüber jetzt bin ich nicht sicher jetzt will ich es nicht mehr mal runterkommen dass man gleich hier la Paloma au lao hm 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 ganz wahnsinn, mein Klo ist drin, ne? achso, jetzt kommen wir ja wieder wegen Wasser und so, ne? hm Also nichts mit Dreckchen, warte, oder haben sie es rausgemacht? Irgendwas war doch da, ne, hier ist es doch, da kann man gleich noch ein Lagerfeuer machen, zum Wasser abkochen, am Topf haben wir ja. So, hier geht bestimmt die Lucy ab hier. Eigentlich dürfte hier noch gar nicht sein, wie es aussieht, ne? Klup, kann man die ja auch einsammeln? Hm. Wo sind wir die? Das hört sich aber an wie ein paar mehr. Oh, oh ja. Ähm. Au. Ausdauer, 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 Ausdauer. Lassen Sie mich, lassen Sie mich vorbei und mach die Karte aus. Deswegen, das stimmt, deswegen habe ich damals die Karte weggemacht. Wieso rennst denn du jetzt so? Toll, deswegen habe ich immer noch genug Ausdauer. Au. 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 Wir sind nicht versorgt. Wir sind nicht versorgt. Das ist schon mal Heidi Wittger. Puh. Gut. Du mir mal einen Gefallen und drück mal den richtigen Knopf. Und benutzt das gleich mal. Vorschlaghammerbuch war das und das war für Sperre. Gut, der Sperre war anfangs auch nicht schlecht. Hier ist zu. Entschuldigung. Da ist auch zu. Hier kannst du noch ein paar Stühle mitnehmen. Da muss schon mal Holz. Die Tür geht nicht zu. Na, die verkaufen wir im Reck die. Oh, hier gibt es Medizin. Mh. Mh. Das war eine Knorren. Jetzt sind wir auch schon dabei voll. Ich glaube den Pinsel, der war ein bisschen was wert beim Händler, ne? Dann kann ich doch noch mal schnell zum Händler flitten. Ja, cool. Haben wir auch wieder gefunden. Siehst du? Das nützt uns noch nichts. Ein Arzt bitte, ein Arzt. Was haben wir hier? Taktisches Buch müsste das sein, ne? Ah ne, verbesserte Rüstung. Okay, ja. Das Licht wäre aber nicht schlecht. Der ist nämlich ganz schön Booster. So, haben wir jetzt hier alles? Haben wir alles. Hier ist zu. Aber, da liegt schon mal einer. Das ist bestimmt der Endluder an mir. Wo wir eigentlich gar nicht hinwollten. Wir wollten einfach nur ein bisschen looten. Ja, ja, für den, ne? Mh. Und wenn der zu ist, da ist er mit Sicherheit einer. Da ist er mit einer. Uh, nicht auf der anderen Seite. Ah, ist die Scheibe auch noch kaputt. Oh mein Junge. Na, zeig mir mal noch das Holz ein. Ähm? Reicht das jetzt? Du hast du mir. Na, geht noch hier weiter, ne? ohne schlange ich dachte jetzt wäre schon einmal drin wie langsam sie davor gekrochen kam ab der kopf mit einem schweren schlag der schwere schlag wird ja auch so ausgelegt die dörter du zuhaust mit dem r-controller ich wollte jetzt nichts kaputt machen unser dörter haut einem zu ich meine du kannst den extra-button auch noch drücken, das gibt es ja auch ach so, hier geht es hier draußen jetzt mal weiter, ich will aber eigentlich gar nicht ich wollte eigentlich hier gar nicht so weit vordringen war gar nicht so meine absicht wo ist denn die schlange hin die da in dem ding drin war? die muss ja auch irgendwo sein ähm öh 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 wen haben wir denn da? wen hatten wir denn da? ja wir sind eigentlich voll jetzt ne die haben wir genug die kannst du eigentlich zerlegen das geht holz das gibt leder hier aber die haben wir verkaufen beim händler wenigstens ein bisschen was haben und hier zweimal taktische rüstung also ich habe alles auf normal stehen ich habe jetzt ja nicht schwierigkeitsgrade ist ja normal vielleicht heute deswegen nicht so viel aber ich wollte das ja eigentlich nur mal testen ich wollte jetzt nicht nur dann noch mal richtigen die stadt machen oder wir lassen das hier so und ich hoffe ich das nachträglich noch hoch drehen kann kommen wir gleich säure die man immer gesucht haben wie verrückt ja oder ein zu zerlegen ja was machen wir da jetzt jetzt mal das ei hier trinken habe ich ja leider das ganze zerlegen geblieben leben haben wir zwar noch nicht was doch stichwiss das ist wir müssen dann doch halt mal verschwinden hier kartoffelsaat macht die mal unten rein stimmt wir können ja einiges unten reinpacken das macht den inventarplatz wieder leer also wenn das hier level 3 ist also da möchte ich das jetzt nicht auf schwierigkeit anders spielen ja ne aha das ist hier eine werkstatt nacht oder aber station ist sehr schön bist was du bist was du bist überlautend überlastet hier lacht gleich anders habe ich gesehen ja momentan gelungen sind da lacht doch hier gleich irgendwo hier liegt doch da sehe ich doch einen arm da 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 ist er doch also geräusche technisch ich mache doch geräusche ich darf doch hier drüben das kommt er kriegst du hast eine schöne band die dürfte nicht mehr viel aushalten eigentlich so war der allein jetzt ja ja die einzige da gibt es ein knöpfchen zu drücken auf knochen gibt ja für kleber ne selbst kann man nicht aufbrechen machen mich noch keine die durch ja dann lassen wir uns nicht ein lumpen dann nehmen wir diesen licht wäre man nicht schlecht taschenlampe wäre man nicht verkehrt aber ja der kopf wäre auch blutungsschaden sperre haben eine chance von 25 blutungsschaden zu verursachen vielleicht haben uns doch noch mal ein spärer obwohl ich gar nicht mit dem elektrostab ganz zufrieden bin kleber haben wir noch nicht gleich hat man schon die pflanzenfahrer brauchen wir jetzt unbedingt ein bett haben wir uns ja gebaut so dann tust du uns den pinsel hier runter die stühle lassen wir da tun wir das essen hier runter dann gucken wir mal weiter hier ich weiß das gibt es hier auch da ist der endglut aha das erste ding gemacht und gleich endglut da ist die tür offen da können wir schnell raus verschwinden die bussen und die hinterher können einzeln nacheinander ich weiß ja nicht wie viel da kommen oh hier die kannst du gleich reinschmeißen es gibt glaube ich aber auch so ist der 5 also 5 5 5 punkte wasser aber ich weiß nicht wie das hier gerechnet wird mit prozenten oder nur 5 punkte das weiß ich schon gar nicht mehr so mein kochbuchs saker nachdem errendre die fertigkeit von rasmen auch noch mehr so dort eingeht bestimmt employees engluten ob und der hund geht immer noch nicht zu hauen das wäre nicht schlecht in den beiden händen aus welcher kontroller war es da ich nicht geguckt der rechte oder linie einer von beiden ist bald leer rüstung weiß doch nicht dass wir hier gibt es auch wieder das war gibt ja so ist das problem ja wir haben den platz doch in ihr fall mit sicherheit welche von der decke wenn sie nicht so ansonsten woher noch kommen aber klappt die tüte von der offen wie seid ihr wie viel wart ihr warum seid ihr so viele wenn wir hier noch rum gucken dass hier noch irgendwo rumschlurft den wir auch noch mitziehen 1 und einen polizist dabei ist klar 1 2 3 4 5 der polizist spuckt dann noch schön ne oder? dann kommt der spucker wie du hier rumspuckst wir haben keine ausbau wir haben keine ausbau denkt man könnte noch mehr abziehen ne? ich will nicht dass der spuckt das muss jetzt nichts sein der hat aber flinkt du jetzt hat er den zwölf voller verspucken wir haben keine ausbau explosiert oder was? ne der hat gespuckt so der sind er hat gespuckt ne? mach mal langsam hier da wird er gespuckt herrschen 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 ich will jetzt nicht dass du mich anspuckst das muss jetzt nicht sein steh nicht da drauf auf rumspucken noch mal regner längerei oder was? öh da 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 ich hier lang hier da lang doch ich bin schon hier hinten kann nicht das für zu langsam bist bin ich hinter dir? öh 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 was ist mit dir? er wird nicht explodiert uuuuuh da war jetzt knapp kurz vorher explodiert da rollt doch das köpfchen das köpfchen die 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 schade stehen da drüben ach nee das ist der motor der eigentlich nur auf den jahr der zwingen schützt so gut dann haben wir den ersten entlud ja eigentlich weiß nicht warum das jetzt hier ein droht ist vielleicht für mich aber ich will nicht nur noch nicht so war nicht meine absicht spiel gibt es ja vielleicht muss ich nur drunter stellen noch ein zweier knüppel ist auch immer noch nicht so gut die elektro starb ne jede menge die drücke so gibt es vielleicht was zu trinken ja auch so gibt es ein automatisch zu trinken also geht der automatisch nicht so jetzt haben wir das problem schrugflinde verbürgerte fähigkeit von schrugflinden ja gut vollautomatik mod kann man eigentlich gleich hier rein machen verändern und modifikation und abschließen das kann man auch gleich den händler verkaufen ja jetzt ist es auch gut oder teuer komm die federn die proben jetzt nicht das wirst du nicht schaffen ich glaube wir wissen noch nicht gut genug woher soll das eigentlich nicht schaffen hängt immer wieder an bei der 5 ne ich bin einfach rutsch so schön aber die falsche munition das können wir hier in die waffe hinein machen noch mehr die drücke juhu zwei verbände sehr gut den buchen kannst du da lassen wo er ist nicht zerlegen benutzen den kannst du zerlegen ja naja sehr gut vielleicht in der falschen knopf gedrückt da war auch gleich neuen schuss aus drei wo auch neues neue drohen so dann holen wir raus das ding ne den nicht du solltest die waffe rausholen so was ist denn jetzt hier noch leuten das war der falsche knopf oh das lädt auch nicht da lädt er wieder selber nach ach jetzt haben wir ein bautenkreuz ah jetzt ist das kreuz da oder was ok alles klar doch eine verbesserung oh willst du jetzt tatsächlich knacken ATM wie weiß kommen also wenn du den jetzt noch schaffst dann mut ab anfänger glücker wo sieht so aus alles klar kann man einen Händler verdecken kriegt man richtig Kohle was haben wir hier brüstung ich muss unbedingt die Tasten belegen unbedingt die Tasten belegen was kann ich mal anders machen poppin pils poppin pils was haben wir hier bücher ne tja ich würde erst mal sagen wir verschwinden erst mal hier ganz kurz mit der Klinik war mal drin wo unser Haus war wo war unser Haus wo wohnt unser Haus jetzt ich glaube hier runter jetzt hier rechts und dann der Lunger da gibt es noch Automaten wenn da jetzt was drin gibt dann weiß ich auch nicht da gibt es natürlich nichts Automatik kannst du doch ja genau so viel Glück hatte ich noch nie bei Seven Days noch nie okay gut holen wir uns mal ganz schnell bei uns in die Hütte rein machen wir ganz kurz die Taschen leer das wir mal für den Händler mitnehmen das für den Händler nehmen wir gleich mit hier war der Eingang ne äh äh das war die eigentlich richtig auch ja die andere Seite hier müssen wir da ran äh rum unbedingt noch eine Türen einmachen dann so dann machen wir wieder ganz kurz hier äh äh diesen da und dann Munition hast du schon geladen machen wir das Mäder unbedingt wir nehmen es mal mit so das kannst du irgendwo reinbauen dann wenn wir einen Baseballschläger kriegen oder so das Maschinengewehr bleibt hier ein Kochtopf weiß ich nicht einen nehmen wir mit zum verkaufen die Stühle verkaufen wir sowieso die Pinsel werden äh der Pinsel wird verkauft das Fleisch bleibt da die Kartoffel ist auch ähm die Kissen schon wieder voll oder was ähm hm ach ja hier wird verkauft das reintun so dann müssen wir uns dann unbedingt Lagerfeuer machen ganz unbedingt die Kohle nimmst du mit der Rest bleibt doch schon hier ne warte ich da okay ich meine Pflänze war dann gut so äh Steine hast du nicht Steine gehabt hier äh 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 achja das wird ich auch machen so was kostet denn das Lagerfeuer jetzt drückst du wieder den falschen Knopf was kostet denn das Lagerfeuer können wir schon bauen alles klar werf wir hinher damit zack rein damit so wo stellen wir das jetzt hin auf die Kiste drauf ne hier oben drauf geht's nicht komm mal aus hier hinter der Tür ne damit gleich auch eine warme Füße kriegt der da reinkommt so dann müssen wir natürlich Holz reinschmeißen ist klar halt wird dann das Lagerknopf gedrückt mach den Topf gleich rein das Wasser her bisschen Holz da drückst du rein zack und Wasser rein ähm noch mal einschalten so Ausgabe hier machen wir das Wasser rein ne ähm ähm wie waren das hier nochmal äh schön Ausgabe die Ausgabe ist hier die Ausgabe nützt mir nützlich ich muss doch hier äh äh ähm 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 ach so hm 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 noch mal zum Puhren öh ja ich weiß ich kann es doch aber nicht abkochen äh wie hä wie waren das nochmal hier ist die Ausgabe ausschalten da machen wir das rein Brennstoff naja Brennstoff wird nicht gehen öh hier kannst du nicht schneiden tun wenn ich jetzt die Gläuferpläte halten und ziehen Stapel nehmen mhm Gegenstand ein Rezept oder effektdauer anzusehen ähm ja und halt noch mal aus wir haben den Kochdorf drin ach mhm alles klar ja 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 alles gut alles klar ich verstehe hier genau naja ist schon was länger her so 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 alles klar gut wir sehen uns dann gleich wieder wir müssen ja schnell zum Händler noch da war doch hier gleich euch irgendwo der Hühne nehmen wir gleich das Räufchen raus mal gucken ob das jetzt ne gegen die Ziehöhle und so jetzt fällt ein Kreuz wieder weg ne ich wollte doch gar nicht ich bin nicht ich will nur zum Händler Junge oder Mädchen ähm wo bin ich denn jetzt wieder hingerannt ähm woher sie doch nicht ne ne äh da war doch hier euch ein guter Händler machen wir mal die Karte auf jetzt hier da ist das Nest da ist der Händlerweg da müssen wir hin ne Wegpunkt da müssen wir lang da ist der kein Verhaltenkreuz mehr ne aber könnte ich mir schnell laufen so wie es aussieht der kleine ausdauer gleich wird es immer so weit vom händler fort und kann ich mir daran erinnern wir machen langsam machen ruhig schaffen wir noch und noch dazu ein 20 uhr da schaffen wir noch los jetzt die pomi treffen uns nächstes mal mal in der nächsten folge das muss jetzt natürlich gleich seine sitze doch gleich einer herumlautschen was ich glaube ich erst mal hiermit will ich noch mehr als ziehen und so ein bisschen ausdauer freundchen allein oder wie er immer da heißt hat er recht vergessene türen zu machen hat er uns wirklich noch mal eine verpasst ja drinnen gibt es zu trinken und zu essen wenn du dich anstrengend aber wenn wir jetzt etwas verdienen dann gibt es auch schon mal fresschen naja jetzt hast du die türen gelassen da musst du schon hinter dir zumachen nicht vor dir na weg die alles fit bei dir naja komm da kommt gar nicht mal drin an den so darf ich mal dein inventar sehen ich habe hier was zu verkaufen und hier die kannst du auch alle haben dann guck mal hin gibt 91 ne so hier müsste man richtig kugel kriegen sie ist denn 900 und einen topf kann man verkaufen das merkt man erwischt nichts behalte ich auch schon mal hier das kann man auch wegschmeißen wie soll es das nicht so machen können wo sammertausend und hier gibt yogas auf für 200 und aber ich guck auch schon mal im automaten meistens bist der automaten billiger wie du oder auch nicht na doch 240 wollte erhaben dann hast du hier nochmal Kaffee oder Goldrotentee der ist noch billig Kogasvaters Hosebormit für mich sowas zu knabbern ja hier Erbsen oder Dose Katzenbutter hmmm was Herausforderung Kaffee oder Gegenstande beim Händler auch schon wieder abgeschlossen diese Kugel haben wir noch 88 ne hier nochmal 600 und äh äh Fängs hast du halt Zuckerhindern Zuckerhindern war doch zum Handeln 10% ne genau Felsverdummer das haben wir jetzt noch nicht Augenschmaus waren wir jetzt auch noch nicht unbedingt der Händen können wir uns ja nicht mehr leisten so und da du wieder Durst hast ne na weiter knapp ja und du bisschen hoch hast du auch hier hast durchfall 0% okay das gibt auch immer ein bisschen Wasser ja ja ne gut ne so das heben wir uns mal auf hier haben wir noch 2 abgekochtes Wasser so direkt hier so hast du jetzt andere Aufgaben willst du mich ernsthaft dazu zwingen graben oder was ja auf einmal kannst du mich leiden ist klar ja gut dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder ich guck noch mal hier alles da durch ob er hier noch irgendwas für mich hat Munition hat auch schon mal keine aber Zeit sonder und auflockt sonder Munition nur mh Barberhut Isolierungsmod Mündungsbremsenmod kann man uns alles erstmal nicht leisten Holzfällerhemd kann man uns auch nicht leisten was haben wir sonst jetzt Holzfällerhut oooooh Kameratum kostet ja genau so viel 204 ne kostet genau so viel dann nehmen wir nochmal einmal Wasser mit ooooh hmmm ne wir jeden so zockt gut Leute dann bis zur nächsten Folge tuehue